Das diesjährige Kammermusikfest Oberlausitz soll wie geplant stattfinden. Aufgrund des steigenden Impffortschrittes gehen wir davon aus, das Kammermusikfest wie geplant vom 10. bis 17. September stattfinden zu lassen, so Intendant Dr. Hagenwelle Beweisenfeld. Unter anderem werden diesmal zwei Streichquartette des Thüringer Bach-Kollegiums und des Sorbischen Nationalensembles zu hören sein. Als Festivalabschluss werden auch der bekannte Bratschist Nils Mönkemeier zusammen mit dem Kammerorchester Le Arte del Mondo in der evangelisch-lutherischen Kirche Baruth bei Bautzen zu sehen sein. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.